So hallo Freunde von YouTube und Facebook. Heute möchte ich mal über das Thema Selbstmord sprechen. Und zwar kam mir vor kurzem ein Geistesblitz, oder man könnte sagen eine Erleuchtung. Und zwar ging es um das Thema Selbstmord. Ich muss auch noch gleich vorab sagen, das Thema, das Video wird ein spirituelles Video. Also wenn jetzt jemand nicht an ein Weiterleben nach dem Tod glaubt, dann macht es keinen Sinn, jetzt hier das Video anzuschauen. Also das wird ein spirituelles Video. Vier Leute, die wo an das Weiterleben nach dem Tod glauben, also religiöse oder spirituelle Leute. Und besonders wäre es natürlich auch wichtig für die Leute, die Suizidgedanken haben. Ja, oder beziehungsweise des Lebens müde sind. Ja, Selbstmord. Ich gehe einfach mal aus der spirituellen Sicht. Bei vielen Religionen ist die Selbsttötung eine große Sünde. Und ja, das ist ja einfach so, dass Gott oder die Göttlichkeit schenkt einem ja nicht das Leben, dass der Mensch dann aktiv das Leben dann wieder beendet. Ja, also manche Religionen sehen sogar den Selbstmord, setzen sich sogar gleich mit Mord. Ja, also man tötet den Körper und das soll also ganz schlecht sein. Meine persönliche Meinung ist dazu, dass man das so gar nicht sagen kann, weil das Karma spielt ja auch eine große Rolle. Es kommt ja immer darauf an, wie war der Mensch in seinem Leben? War es ein guter Mensch? War es ein schlechter Mensch? Es gibt ja auch Leute und es gab auch einen Vorfall bei mir in der Familie, wo jemand sich umgebracht hat, weil er die Schmerzen einfach nicht mehr ertragen wurde, weil einfach das Leid zu groß geworden ist. Und dann diejenige Person, das Leid einfach beendet, weil es ging einfach nicht mehr. Es war nicht mehr zu ertragen. Und ja, also wie gesagt, kann man nicht so sagen. Also ich glaube eh nicht, dass man zur Hölle für immer verdammt wird. Ich denke einfach, wenn jemand jetzt Selbstmord begeht, dann wird es wahrscheinlich so sein, dass die Person mit der Tötung seines Körpers oder beziehungsweise dass sich eben mit dieser Tat quasi konfrontiert werde in dem nächsten Leben, wenn man dann reinkarniert wird. Und man wird dann, wenn man dann wiedergeboren wird, wahrscheinlich wird es dann auch so ablaufen, dass man auch viele zum Beispiel Freunde oder die man liebt hat, verliert, die dann auch Selbstmord machen und somit wird einem die Tat vor Augen gehalten. Also wie gesagt, ich glaube ja an Wiedergeburt. Also für mich ist Wiedergeburt eine ganz logische Geschichte. Und von dem her ist ja einfach auszugehen. Ja, was kann noch sein? Ja, also wie gesagt, man wird halt mit der Tat konfrontiert. Und die Fehler, die man in diesem Leben eben noch nicht bearbeitet hat oder überwältigt hat, wird man halt dann im nächsten Leben dann bearbeiten müssen. Oder halt, ja, die Probleme halt, die zum Selbstmord geführt haben, diese Probleme, die man nicht geschafft hat, die man nicht gelöst hat, die müssen halt dann im nächsten Leben gelöst werden. Also das ist so meine, die wahrscheinliche Vermutung. Also wie gesagt, es kommt immer darauf an. Ich glaube nicht, dass ein Selbstmorder oder eine Selbstmorderin für ewig in der Hölle landet. Ja, das ist mal soweit zum Selbstmord. Aber jetzt kommt ja der Gedanke, die Überlegung, was ich gehabt habe, als ich mich sogar so mit diesem Gedanken mal beschäftigt habe. Also nicht, dass ich mich umbringen wollte, aber über das Thema Selbstmord habe ich mal nachgedacht und habe gedacht, okay, gibt es eigentlich eine Möglichkeit, sich also von der Erde zu verabschieden, ohne dass es schlechtes Karma bewirkt für das nächste Leben? Was könnte das sein, ja? Und gibt es da überhaupt so einen Weg? Ja, und dann habe ich mir, gerade zufällig, als ich so einen Gedanke gehabt habe, hat jemand was postet von einer sterbenskranken Person, die nicht sterben will, ja? Und das ist doch der Hammer. Und jetzt überlege ich, da kann man schon, die kann man echt die Erleuchtung. Also es gibt Menschen, die wollen sterben, ja? Und es gibt Leute, die wollen nicht sterben, müssen aber sterben, weil sie sterbenskrank sind, ja? Und das ist doch unfair, ja? Aber wir können da was tun, ja? Also aus spiritueller Sicht gibt es immer einen Weg. Also wenn du jetzt sagst, okay, du willst den und den Weg gehen, du willst jetzt die Erde verlassen. Angenommen, du bist jetzt lebensmüde, ja, du bist so, du hast jetzt genug vom Kämpfen, du hast genug Scheiße erlebt, du hast noch zu viel gelernt im Leben und sagst, es ist genug, ich will jetzt gehen und so, ja? Dann gibt es eine Möglichkeit, weil du bist ja auch müde, des Lebens müde und ich finde auch, wenn jemand des Lebens müde ist, es steckt ja ein Wort, man ist ja müde. Also was muss man tun, wenn man müde ist? Mal überlegen, man muss schlafen, ja? Und der Tod ist ja quasi der Verwandte vom Schlaf, also eins und eins zusammengezählt. So, also, jetzt überlege mal, es gibt also Leute, die wollen nicht sterben und sind schwer krank und es gibt Leute, die wollen eigentlich gehen, die haben keinen Bock mehr, ja? Und jetzt müsste man eigentlich das ja nur zusammenführen, ja? Und das war jetzt mein Gedanke. Also gäbe es einen Weg, die Erde zu verlassen, das Leben zu verlassen, ohne schlechtes Karma? Und ja, es gibt einen Weg. Der Weg geht in Richtung Selbstaufopferung. Ich gebe mein Leben hin, damit ein anderer weiterleben kann. Sowas ist zum Beispiel mal praktiziert worden. Ich weiß nicht mal, ich war das der Dieter Bonhoeffer oder irgendein katholischer Pfarrer oder irgendein Pfarrer hat er mal im KZ sein Leben hingegeben, damit ein anderer weiterleben konnte, ja? Also, es ist ja, also wie gesagt, nochmal, es ist ja Sauerei, es ist ja irgendwie ungerecht. Erstmal, dass der eine will leben und der andere, also man muss sterben, weil der sterben ist krank ist, und der andere will aber gehen und hat keinen Bock mehr auf das Leben, will einfach wirklich gehen. Also, was könnte man tun? Aus spiritueller Sicht, also wie gesagt, es geht jetzt rein um die spirituelle, es ist eine rein spirituelle Sache. Wer an sowas nicht glaubt, okay, ist egal, dann muss man sich das Video nicht anschauen. Also, man kann hergehen, man kann entweder zu einer, also wenn man jetzt selbstmordgefährdet ist, also lebensmüde, ja, kann man hergehen, zu dieser Person Kontakt aufnehmen, die nicht mehr, also die, die leben will, aber sterbenskrank ist, ja, könnte man zusammenführen. Und, jetzt könnte die Person, die des Lebens müde ist, dafür beten, dass die todkranke Person wieder geheilt wird und stattdessen sie die Krankheit aufnimmt. Das ist jetzt ein krasser Weg, das windet jetzt echt krass, ja. Also, man gibt sein Leben her für die sterbenskranke Person, wenn man jetzt selbstmordgefährdet ist, also lebensmüde, man betet dafür. Man betet dafür, dass man diese Krankheit aufnimmt, damit diese Person, die er leben will, geheilt wird, ja. Und warum sollte jetzt Gott oder die Göttlichkeit was dagegen haben? Das müsste eigentlich funktionieren, rein von der spirituellen Sicht her, ja. Wenn es nicht funktioniert, dann kann es vielleicht sein, dass es, wenn jetzt, gut, wenn jetzt, ich kann mir vorstellen, wo es nicht funktioniert. Wo es nicht funktioniert, wird es wahrscheinlich sein, angenommen, jetzt ist es nur ein junger Mensch, ja, und der will jetzt sich jetzt das Leben nehmen, bloß weil er jetzt, was weiß ich, das Auto verreckt ist und Freundeschluss gemacht hat oder so, also der Partner Schluss gemacht hat und will sich jetzt das Leben haben. Dann wird vielleicht Gott und Göttlichkeit, das Universum sagen, hey du, du musst schon noch lernen, das Leben zu schätzen, also du solltest noch nicht gehen, ja. Aber ich rede jetzt von alten Leuten, älteren, älteren, kranken Leuten, Leute, die des Lebens müde sind, die einfach schon zu extremen Leben hinter sich haben und einfach müde sind von dem ganzen Kämpfer. Sie sind müde, sie haben keinen Bock mehr, keine Lust mehr, da immer wieder, da Krankheit, da Schmerzen, immer Schmerzen, da wieder Leid, sie haben genug von dem ganzen Leid, von dem Krieg auf der Welt, was es gibt, von dem Hunger und alles Schlechte, was es so gibt, Gewalt etc. Sie haben genug, sie haben einfach genug, sie sind müde, sie sind des Lebens müde und bei diesen Leuten könnte es klappen, ja, dass so etwas funktioniert, ja. Also, dass man quasi diese Seelen so quasi verknüpft, ja. Glaube ich daran. Also, ich glaube, ich glaube daran, weil, ich sage mal so, es gibt immer einen Weg. Gott ist nicht ungerecht. Gott sagt immer, ihr könnt alles erreichen, egal was es für ein Ziel gibt, ja. Es gibt immer, zu jedem Ziel gibt es einen Weg dahin, der natürlich krass und vielleicht auch ein bisschen hart sein kann. Da hat es natürlich auch wieder Konsequenzen, aber es gibt immer einen Weg. Immer, ja. Und wenn jetzt die Frage ist, wie kann ich die Erde verlassen ohne schlechtes Karma, wäre das der Weg, ja. Da könnte es vielleicht auch noch sagen, ja gut, aber jetzt nimmt man die Krankheit auf, aber die Schmerzen und so, das wird ja dann schon heftig und so. Also, ja, also erstens mal gibt es ja Schmerzmittel, also jeder Arzt wird einem in so einem Fall Schmerzmittel verschreiten, wenn man zum Beispiel Krebs auf sich nimmt, ja. Und den dann auch bekommt, eben durch diese spirituelle Macht, durch die göttliche Macht dann eben, und so, dass da die andere Person dann gerettet wird. Ja, dann kann man ja, dann kriegt man ja die ganzen Schmerzmittel, ja. Und man kann ja auch zum Beispiel auf so etwas wie so lebensverlängernde Maßnahmen, wie, äh, wie nennen sie das jetzt, Volontarius, Fall, jetzt fällt mir das nicht mehr ein, Chemotherapie, ja genau, Chemotherapie, verzichten. Dann verzichtet er halt auf Chemotherapie und leiht somit den Abgang von dieser Welt schneller ein, ja. Also versteht er mich, ja. Man bringt die Seelen, die einen, die leben wollen, und die anderen, die nicht mehr leben wollen, ja, die einen, die zwar leben wollen, aber sterben müssen, und die anderen, die bringt man dann quasi zusammen, verknüpft die, ja. Und tauscht, und somit quasi, und tauschen sie ihre Schicksale, quasi, und kommen auch zusammen. Und wenn dann ja zum Beispiel so Selbstmordgefährte den tieferen Sinn begreifen, ja, von dieser Tat, was sie da machen, diese gute Tat, das ist ja eine gute Tat, auch wenn es ein bisschen egoistisch ist, ja, aber im Endeffekt zählt ja das Ergebnis. Wenn sie dann den tieferen Sinn dahinter sehen, dann erweitert das ja automatisch das Bewusstsein. Und das kann auch dazu führen, dass die Selbstmordquote sogar abnimmt, ja. Denkt mal drüber nach. Das war jetzt auch mal Geistesblitz. Es gibt immer einen Weg, und genau das ist es. Also die Erde verlassen, ohne schlechtes Karma, indem ich mein Leben hergebe, bereit bin, dafür bete, einfach in einem Gebet, in einer Meditation, sag, hey, mich soll es treffen, Gott, rette jemanden, der leben will, aber sterben muss, guck, dass es mich dafür trifft, ja. Guck, dass es mich dafür trifft. Es muss ja auch nicht so zum Beispiel sein, dass man jetzt einem krebskranken Patienten hilft, sondern der Selbstmordgefährte, der könnte ja zum Beispiel, oder der Lebensmüde, sagen wir es mal so, der könnte ja zum Beispiel in ein brennendes Haus rein rennen, zum Beispiel, wenn es vielleicht ergibt sich dann die Situation, irgendwann mal, wenn er betet, wenn er meditiert, ja, dass er dann die Kinder rausholt, ja, rausholt, über, aus dem Fenster raushebt, die Kinder sind gerettet, in dem Moment Dachbalken krachen zusammen, zack, fertig ist der Lack. Ja, wäre die Lösung, ja. Zum Beispiel, dass sich dann solche Situationen dann ergeben, wenn man dafür betet, ja. Aber man muss bereit sein, quasi sein Leben hinzugeben für jemand anderes. Und das ist die Idee, was ich heute gehabt habe. Das war so quasi mein Geistesblitz und den wollte ich einfach mit euch teilen. Also, wie gesagt, wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben und teilt mein Video. Und ich würde sagen, wir wünschen euch noch einen schönen Abend. Bis bald.